ich habe mir überlegt für die monster farm brauchen wir gar nicht mauern einmal komplett rum brauchen eigentlich nur hier irgendwo ein turm der tickt dann ein von denen an die kam alle rausgelaufen und werden hier von seiner wand aus türmer schossen das heißt ich brauche jetzt ein pulturm das bist du ganz viele was wenn es bitter kommen ja das geht nicht ich brauche also erst noch mehr davon ich guck mal was die edelsteam zu sagen also ich brauche ganz viele von den silber turrets eine davon aus der pulturm der rest macht schaden also einzeln alle pultürme und alle schaden aber gut und er wird uns mal und dann war es das ich brauche noch roboter anbindung das ist richtig was übrigens auch eine sache ist vielleicht testen wollte ich wollte kurz mit dem roboter man zu eisen ding ist das mache ich gleich genau ich brauche eine roboter anbindung zu der mauer und zu den türmen damit auch repariert werden kann falls da was passiert also roboter anbindung stromanbindung genug türme trugstmauern alles okay so du da roboter warum roboter ich möchte jetzt erstmal gucken wie das hier aussieht mit robotern 530 haben nichts zu tun das ist sehr gut gleich die medien wo mopsen ich möchte nämlich zum eisenhausen posten und das automatisieren das nicht mehr dass man fließt bändern läuft sondern robotern ist wieder so eine sache wo ich mich eventuell verhaskeln kann aber ich habe langsam nicht mehr so viel bock bei den außenposten alle drei vier folgen hinzulaufen und die drills umzustellen klingt ein wenig dekadent aber ich bin gerne dekadent in spielen jetzt leisten kann deswegen probiert aber aus wo also noch welche wir haben jetzt gleich schon 30 ich hätte eigentlich ganz gerne so 50 so eisen ist noch okay kupfer ist noch okay ist aber alles nur unter 10.000 aber kopf was bei 8300 8200 und die monster geschichte ist halt so lange auf eis gesetzt bis ich genug topast habe und hier unten ist alles leer weg 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 so noch topast das ist noch die ruby laser türme und bei und kann warum ich das von hand gemacht habe aber bis zu spät die hätte ich noch gerne die die so wie viel habe ich jetzt acht könnte fast reichen das gefühl immer noch zu wenig um alles da kaputt zu haben ach so und wir müssen hier auch welche platzieren wir haben jetzt keine verteidigung mehr hier unten das geht ja schon mal gar nicht oh mein vental muss ja auch wieder was warum sind manche so manche so also die stack größe ist fünf ja okay tut mir leid das war ein fehler das ding ist auch bald leer mach mal so 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 und ihr kriegt man die da weil geschwindigkeitsmethodes bei euch echt wirklich so strom allgemein sieht sehr gut aus aber stopp ich glaube schon wieder zu viel hin und her was will ich machen ich wollte die robo port setzen bei dem eisenausen posten ich wollte mich darum kümmern dass wir noch kupfer haben da oben ist ein kupferfeld das bereite ich vor da gibt mir bitte dinge da die musik gleich hier hinsetzen speichert sofort und ganz schön vorsichthin ich denke wenn ich den nächsten schwung solar panels gelegt habe baue ich die ab damit ich mir da keinen kopf drum machen muss ob da irgendwas falsch eingestellt ist oder sonst was ich teste einfach mal zack zack guck was da passiert und das ist ein bisschen mau mach bitte erstmal strom so 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 ein dahin ein dahin und ein kleines fitzel restchen da unten bleibt über das bleibt dann aber halt auch über so so hier muss ich glaube ich speed reinpacken aber die sollten reichen warum befüllt ihr nicht oh weil ich das schiff platziert habe und nicht richtig platziert habe also ich hoffe die beiden reichen das sind aber nur 50.000 kupfer das wird nicht sehr lange halten also ich brauche einen kupfer außenposten da ist kupfer da ist mehr kupfer und da ist auch alles andere hier da will ich unbedingt außenposten haben ja hier wollte ich aber einfach die monsterfarm hin machen aber wie ich schon mehrfach erwähnt habe wo die monsterfarm hin kommt ist vollkommen egal brauchen eh noch ressourcen also zerstöre ich jetzt drei basen namentlich die hier vorne und baue dann da ein strecken äh ein schien Ding hin das da von unten nach oben das denn hier hinkommt und hier wird alles abgebaut und dann gucken wir wie das läuft ähm du du Dinge töten das ist kaputt komm mal her wir haben ja auch nur ein 1 ok 2 tut was eine idee die auch noch aufkam in den kommentaren dass wir unsere stromversorgung auslagern in extra basis finde ich eine recht gute idee das heißt wir hätten dann quasi eine basis die wirklich nur konstruktion ist also die ganze fabriken der riesige fabrik eine andere basis die strom macht und dann die kolonie das müsste sehr ordentlich aussehen würde spaß machen das alles einzustellen und hinzubauen und was weiß ich muss ich mal gucken ob ich das dann irgendwann mal in angriff nehmen aber es hört sich eher nach so einem projekt an was für mich gut klingt was mir am ende war zu viel arbeit ist und ne alles so wiederhole und dann lasse ich es meistens so also eine basis zerstört eine basis zerstört und dann das so was war hier noch da unten ist noch eine ja erstmal soll ich das hier töten sonst kommen die hinterher das heißt wir wir haben doch ein paar von denen genau setzt die mal hier gleich hin haben wir was zu tun brauchen richtigen eingang das würde auch helfen so nicht hier richtiger ausgabe das dauert so dermaßen lange könntet ihr vielleicht auf die basis zustimmen und ich was machst du da und ich gehe derweil schon mal vorbereiten die andere basis ne die folgen mir was Weißt du was? Weck. Weck. Wir flistern noch. Du bist irre langsam. Wer schneller. So, die Basis ist noch da. Jupp, aber nicht lang. Oh, sind alle Spucker, das so ganz schön. So. Ach, darum sind noch zwei Königin-Spucker. Basis-Vernicht. Prioritäten und so. Zack. So, dann. So. Ach, komm schon. Jetzt hier ist unsere Basis-Nerlaufung zu albern. Eck, Eck. Das würde auch helfen, wenn ich die Tasse nicht durchgegengedrückt halte, sondern immer nur dann schieße, wenn auch Gegner direkt rummessen. Ah, ansonsten. Wir sammeln ja auch letztendlich die Leichen von den Königinnen und Königinnen hier ein. Also ein bisschen was an Munition kommt auch so. Und sehe ich da gerade Blei? Blei würde ich ganz gerne mitnehmen. Weil Blei ist echt so eine Sache. Erinnerte Fakte natürlich auch, aber Blei ist schon fast wichtiger, schrägstrich wertvoller als Erinnerte Fakte. Was ein bisschen komisch ist, aber die Rezepte brauchen halt fast alle Blei. Und Zink ist auch recht wichtig, aber Blei, ne? Ganz oben. Und es waren eh nur 100 Stück oder was, das habe ich gleich abgebaut. Ich sehe unten rechts noch eine Königleiche, die sammle ich dann auch ein. Und rechts war irgendwo noch ein Bleifeld. Sollte da mehr drin sein als nur eine Handvoll wie hier, mache ich kurz eine Strumpfverbindung bis hier hinten hin. Habe ich mich verguckt? Oh, oh ja, 700, das ist, jammy ist das. Ich habe ein volles Inventar. Also zurück zur Basis. Kisten mal wieder voll in unserem Kram. Dann lange, ziemlich lange, Stromleitung ein bisschen da hinten legen. Blei abbauen. Dann kann ich weiter überlegen, was ich eigentlich Wichtiges machen wollte. Aber Blei geht vor. So, 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 so. Noch irgendwas? So, 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 so. So. Äh, so, so, so. Wie, 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 ja. So, so. Die brauche ich auch nicht mehr. Steht normal, das brauche ich auch nicht mehr. Das ist ein Anfang, hm? Jo. So, lange Leitung. Da. Kann ich das mit Shift jetzt machen, irgendwie? Nein. Shift war es nicht. Einfach so, Linke. Ja. Einfach Linke muss das gut teilen. Da war auch Dungsten. Wo laufe ich eigentlich gerade genau hin? Hallo. Äh. Da ist. Oh, das war sogar das Richtige. Zack. Was brauchst du denn noch mit abgleich? Ah, äh, Silber, hm? Ja. Na gut, kannst du auch mit abbauen. Bob das. Nein. Bob das da hin. Tu das da. Warum hast du keinen Strom, wenn das direkt da dran ist? Ähm. Irgendwo ist ein... Schiss in der Leitung. Nein. 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 Ganz am Anfang. Natürlich. Und die beiden muss ich töten. Die machen sonst irgendwann Mist und knabbern in den Kabeln. Und mein erster Reflex war auch, dass ich das Tungsten einsammle. Aber ich glaube, wir haben schon ein paar tausend Tungsten. So, also nochmal. Strom. Du. Kiste. Ganz schnell. Richtig. War das jetzt das Blei, das ich gesucht habe? Guck erstmal kurz auf der Karte, welche Farbe das hat. Nichts, weil die Mine drauf sitzt. Gut. Da unten im Wald ist noch was Blaues. Das wird Kobalt sein. Hier irgendwo habe ich Giftkapseln. Nein. Vorder bitte an. Giftkapseln. Stell her. Ein paar Giftkapseln. Weiter runter, weiter runter. Hä? Aber, hä? Ob es der Karte nur einen Punkt eingezeichnet. Da sind fünf Punkte, die Bleifarben aussehen. Bitte, 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 bitte. Was? Jackpot. Wie geil. Tausend plus. Ja. Her damit. Gib mir weg. Eisen. Ich hole die später. Mit. Mit. Da irgendwo. Ha. Okay. Du mach hier Dinge weg. Ich hoffe, du hältst. Ja. Gift kann dir nix. Gut. Dann das. Dahin. Setz dich. Ich fahre trotzdem mal ganz kurz bis das Gift weg ist. Nicht, dass da irgendwas kaputt geht mit dem Drill. Und dann kann ich dir so setzen, dass du alles drin hast. Wie geil. Sehr schön. Zack. Oh. Nicht so. Brühe dich, Jürgen. Brühe dich. Ist nur blei. So. Dahin, dahin. Kiste. Dahin. Und gib ihm. Ja, sehr geil. Okay.